Wir leben aktuell in einer Welt, wo wir von einer Krise in die nächsten steuern. Seit Jahren gibt es in unserem Kopf und in unserem Umfeld und in den Nachrichten keine Ruhe mehr. Absolut nicht mehr. Von Krise zu Krise, Zukunftsangst, Kriegesangst und alles Mögliche dominieren unseren Kopf. Nebenbei hat jeder noch sein eigenes Leben, was meistens auch voller Stress ist. Du musst zur Arbeit gehen, du hast vielleicht Überstunden gemacht, du bist vielleicht in der Schicht, du hast vielleicht noch eine Tochter oder einen Sohn, eine Familie, Freundeskreis. Du musst allem gerecht werden, dann wird das Auto noch kaputt und die Tage vergehen doch eigentlich gefühlt viel schneller als früher. Bin ich da alleine mit diesem Gedanken oder geht es nur mir so? Die Welt war doch vor 10, 15 Jahren noch eine ganz andere, jetzt für die westliche Welt gesprochen. Ich war noch wenig im Osten oder in Asien. Aber die Welt wird immer hektischer, die Welt wird immer stressvoller und so Krankheiten wie Burnout, Depressionen, bipolare Störung, Traumata aus Sachen, die sonst nie stattgefunden hätten, nehmen Sand an und werden immer, immer mehr. In jedem Betrieb aktuell haben mindestens 20% der Mitarbeiter schon eine Diagnose auf Depression erhalten von ihrem Arzt. Die Todesfälle aufgrund Depressionen steigen seit 1998 bis 2022 von damals 35 Leuten im Jahr auf nun 1.058. Lass diese Zahl mal sacken. Was ist mit dir, Menschheit, passiert? Warum steigen diese Erkrankungen und die mentale Gesundheit zerbricht immer weiter in der westlichen Gesellschaft? Warum fühlt sich diese Welt nicht mehr an wie vor ein paar Jahren? Warum ist diese Welt so aus den Fugen geraten? Und an dieser Stelle, ich will dir keine schwere Kost verkaufen. Ich will dir keinen Traumatisierten weiter runterziehen oder keinen, der bis jetzt an Depressionen erleidet ist. Ich will euch nur zeigen, ihr seid hier alle nicht alleine. Ich hatte selber schon Depressionen. Ich hatte selber schon Burnout. Und ja, ich habe selber auch ein tiefes Traumata von zwei, drei Narzissten. Ich habe selber viel Arbeit vor mir und wir als Menschheit driften aber gemeinsam irgendwie nach unten. Und deswegen will ich den Gegenpol hier darstellen und gemeinsam mit euch wieder nach oben zu gehen. Selbstliebe, Lebensqualität, all das, was du in der letzten Zeit vernachlässigt hast. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt auch das Burnout anschauen, wo es ja mittlerweile heißt, das ist die große Volkskrankheit. Das ist einfach eine Verniedlichung des Wortes. Also ganz ehrlich, wenn du schaust, 2004 waren es bei 0,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Und mittlerweile sind es bei 6,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Was hier natürlich nicht zu verachten ist, wie bei jeder Statistik, dass die Dunkelziffer viel höher ist, weil die meisten Leute werden natürlich nicht. Du wirst nicht, es gibt keine Volkszählung, wo die Leute aus den Wohnungen geholt werden und ins Gehirn geleuchtet wird. Und nein, viele Leute ignorieren auch eine Depression. Viele schieben es beiseite. Viele denken sich, ich habe einfach einen schlechten Tag, eine schlechte Woche. Aber warum ist das überhaupt so? Warum sind wir so? Warum reicht ein Wochenende nicht mehr aus zur Entspannung, zum Runterkommen? Warum brauchen wir mittlerweile täglich Sachen wie Yoga, Meditation? Und ich sage gar nicht, dass man es nicht sonst auch machen sollte. Aber viele nehmen das schon fast als Zwangsbehandlung, um mental noch fit und mental noch gesund zu bleiben. Du musst dich in der heutigen Zeit förmlich zwingen, dass du mal Me-Time nimmst, dass du mal runterfährst, dir Zeit nimmst zu spazieren, zu meditieren, zu lesen, zu schwimmen oder was auch immer du gerne machst, um deinen Kopf runterzufahren. Nebenbei, das sind alles Maßnahmen, die ich dir an die Hand lege. Mache dir gerne am Tag mindestens eine halbe Stunde Me-Time für dich, wo du einfach nichts machst. Und wenn du völlig im Stress steckst und du kannst es dir leisten, dann sag, ich mache heute das nicht. Das heißt nicht, dass du es jetzt ewig aufschieben musst, sondern sortiere deinen Kopf, mach dich klar, mach dir einen Kaffee, mach ein Nickerchen, mach ein Powernap und dann setze dich nochmal neu hin. Weil mit diesem überarbeiteten, vollen Kopf, der kurz vorm Platzen ist, kommst du zu gar nichts in der Umsetzung. Und deswegen ist oft ein Schritt zurück, ein kurzes Rausnehmen aus dieser Situation, eigentlich die beste Lösung, um wieder weiterzumachen. Doch bei allem, was uns beschäftigt, ist es erstmal sehr, sehr wichtig, die Ursache anzugehen. Was sind die Auslöser? Was sind die Faktoren, dass du heute so müde, ausgelaugt, kurz vorm Burnout oder depressiv bist? Hier gibt es viele Gründe. Punkt Nummer eins ist natürlich frühere Traumatast, die du nie aufgearbeitet hast. Vielleicht bist du heute die Person, die du eigentlich gar nicht sein willst und hinterfragst jedes Mal, warum du so bist, wie du bist, warum du wieder so handelst, wie du handelst, warum dein Kopf wieder diese Sachen denkt, wobei du doch eigentlich schon längst weiter bist. Du müsstest weiter sein und du stellst selber dir diesen Stress selber an dich, dass du nie was aufgearbeitet hast, dass du nicht weißt, wer du bist, dass du eine Identitätskrise kriegst in der heutigen Zeit. Es ist sehr, sehr wichtig, heutzutage bei sich zu bleiben, bei sich im Hier und Jetzt zu bleiben. Gesund reflektieren, nicht toxisch reagieren, also nicht toxisch reflektieren, nicht die negativen Sachen in deiner Vergangenheit immer und immer wieder aufholen, aufrollen und letztendlich nochmals zu durchleben. Du hakst nichts ab und meistens schiebst du auch alles auf die Seite, was dich dann irgendwann heimholt. Doch das ist nicht der einzige Faktor. Die heutige schnelllebige Zeit und die toxischen Nachrichten kommen natürlich auch mit rein. Ich zu meiner Person, ich schaue schon seit Corona, seit 2018 oder so, schaue ich keine Nachrichten mehr. Jetzt mag der eine oder andere sagen, es ist furchtbar wichtig, dass du dich informierst. Dann sage ich dir aber, es ist alles mögliche Sachen, die du toxische. Jetzt sage ich dir aber, es gibt Sachen, die nimmst du in deinem Kopf unterbewusst einfach mit. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich bin ein fürsorglicher, empathischer Mensch und ich finde Leute komisch, die das von sich selber behaupten, aber ich fühle einfach viel mehr Sachen. Wenn ich jetzt krasse Schicksale in den Nachrichten sehe, dann nimmt mich das mit und dann nehme ich diese Angst mit und diese Verzweiflung mit. Wenn ich mir jeden Tag bewusst mache, was auf dieser Welt alles aus den Fugen gerät, dann macht mich das einfach langfristig kaputt. Da bin ich ganz ehrlich. Und die wichtigsten Nachrichten, die kriege ich sowieso durch meine Oma mit, weil die Nachrichten schaut und für mich das Wichtigste rausfiltert. Ich will damit gar nicht sagen, dass die Nachrichten gefärbt sind oder dass man das boykottieren soll, aber es ist für deinen Kopf, egal wie diese Nachrichten sind, einfach sehr toxisch und böse in der Hinsicht auch, weil du kriegst ja auch die guten Nachrichten nicht mit. Und ich weiß, es hat verschiedene Formate auf YouTube schon gegeben. Und auch ich habe mir das überlegt, ob ich so ein Format mal machen sollte. Einfach so jeden Tag drei Minuten die positiven Nachrichten der Welt. So heute wurde eine Katze nach fünf Tagen aus einer Tiefgarage befreit und zu ihrem Besitzer zurückgebracht. Oder nach einem Tornado haben sie ihren Hund wiedergefunden und sowas zeigen. Oder halt auch wie in den Nachrichten, du siehst, es ist ein Waldbrand in ganz Australien, brennt gefühlt und du denkst dir, die Welt geht morgen unter. Aber eine Woche später ist es vorbei und dann kommt aber nicht mehr die Nachricht, hey, dieser Waldbrand wurde jetzt beseitigt. Da brennt es nicht mehr und langsam wächst auch wieder was nach. Natürlich nicht nach einer Woche, nach einer geraumen Zeit. Weil oft ist auch ein verbrannter Waldboden genau der nährreiche Boden, der wieder neues Leben zulässt. Und dann wird diese Gegend vielleicht genauso wie Chernobyl danach einfach wieder schöner und pflanzenreicher und mehr gedüngt durch diese ganzen Aschepartikel. Ich habe selber doch keine Ahnung. Aber diese ganzen positiven Sachen, das wäre doch viel schöner, wenn du die Auflösung in den Nachrichten auch mitbekommen würdest. Hey, Kalifornien hat jetzt endlich keine Waldbrände mehr, den Leuten geht es gut. Oder hey, der Wiederaufbau nach dem Hurricane Milton, glaube ich, war das, ist jetzt vorbei. Den Leuten geht es gut. Es ist doch nicht so krass verlaufen. Von mir aus auch sowas kommt gar nicht. So erstmal das Riesendrama, der Hurricane wird von Stufe 1 auf 2, auf 3. Das ist eine Stufe 5 Hurricane, ja. Jetzt bin ich vielleicht falsch. Vielleicht ist es genau andersrum stärker. Das habe ich gerade nicht offen. Ich habe kein Internet hier. Ja, aber dass es dann vielleicht gar nicht so krass war. Sowas kommt dann nicht mehr. Dann werden trotzdem die dramatischen Bilder gezeigt. Und hier empfehle ich euch gerne auch den Film Nightcrawler, wo einer Reporter ist für ein Nachrichtenmagazin. Und er muss halt immer die krassesten Tatortfotos machen. Das heißt, er ist sogar so psychopathisch unterwegs, echt genialer Film, dass er vor der Polizei schon am Tatort ist, um die besten Fotos zu kriegen. Und ihr müsst wissen, so funktionieren auch Nachrichten. Die krassesten Bilder, die krassesten Schlagzeilen, dafür gibt es Prämien. Und sowas wird gezeigt. Aber die positive Seite leider nicht. Sowas ist ein großer Punkt, wie du Negativität weiter mitnimmst. Bewusst und unterbewusst. Dann bleiben wir doch gleich bei der heutigen Zeit. Social Media. Ja, wie viel Zeit verbringst du denn auf so einer Plattform? Sei mal ganz ehrlich, das könnt ihr mir alle gerne drunter schreiben. Findet ihr euer Verhalten gesund mit Social Media? Oder könntet ihr da auch mal eine Art Detox einbauen? Es gibt mittlerweile auch diese Funktionen, dass du diese Apps auch nach, sagen wir mal, 20 Uhr bis um 7 Uhr morgens auf Stumm, auf Nachtmodus schalten kannst, dass du kein Plink-Pling mehr kriegst. Weil auch das verstehe ich. Ich will meine Ruhe haben und es vibriert mein Handy. Dann siehst du, ja, Gudrun hat mir gerade ein Reel geschickt. Das kann warten. Nichts gegen dich, Gudrun. Ich wollte dich bloß mal kurz erwähnen. Das kann warten. Das ist keine wichtige Sache. Fühl dich nicht getriggert. Aber ein Reel von jemandem, der es geschickt kriegt, ist keine Sache, wo ich sofort reagieren muss. Da sammle ich gern 4, 5, schaue mir die dann an und alles ist gut. Aber wenn es ein Freund scheint, komm vorbei, ich bin gerade gestürzt, dann ist das wichtig für mich. Oder hey, morgen fällt die erste Stunde aus für einen, der in der Berufsschule ist. Das ist wichtige Information. Aber nicht Reels verschicken, App-Benachrichtigungen, blibla blub. Überleg dir einen Moment auf Instagram, TikTok oder wo auch immer du unterwegs bist, Facebook, wo du wirklich was mitgenommen hast für später. An was kannst du dich erinnern und was ist einfach nur Beschallung, Berieselung und nebenbei Gedöns. Und dann pass vielleicht auch mal auf, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, wie schnell die Zeit vergeht. Ist nämlich auch so ein Faktor. Und ob du so eine Sache wie Fernsehschauen noch alleine machen kannst oder ob da gleichzeitig das Smartphone noch laufen muss. Hier wäre es vielleicht mal auch schön, die Tür zuzumachen, sich ein Leselicht anzumachen, ein Buch aufzuschlagen und nur in diesem Moment zu sein. Flugmodus rein. Wichtig. Dann geht es auf Social Media natürlich auch weiter. Diese ständige Vergleichen. Und jetzt wirst du mir sagen, ich bin nicht so ein Typ. Mir macht das gar nichts aus. Und nein, nein. Aber trotzdem siehst du perfekt gestylte Menschen. Sie posten perfekte Urlaube, perfekte Autos, perfekte Szenerie und du merkst auch, dass diese Personen eigentlich nur dann posten, wenn es sich lohnt, diese Sache, weil sie gerade furchtbar toll ausschauen, weil sie gerade einen teuren Haarschnitt haben, weil sie gerade im Urlaub sind, weil sie einen neuen Partner haben, weil sie irgendwas Romantisches erleben oder weil sie vielleicht gerade eine Sternschnuppe sehen oder was weiß ich. Sie posten nur dann, wenn es passt oder sie stellen diese Szenen komplett. Und ich gehöre auch dazu. Ich poste meistens auch nur, wenn ich im Urlaub bin. Das heißt, mein Social Media ist zwei Wochen im Jahr aktiv und ansonsten halt einfach Tiere, Natur und vielleicht nicht mal ich selber. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen alten Audi 80 fährst und der passt eigentlich, der bringt dich von A nach B, der ist zuverlässig. Das war noch deutsche Qualität in der Hinsicht. Die heutigen Autos halten einfach nicht mehr so lange und du bist zufrieden damit. Und dann siehst du deinen Nachbar mit dem neuen Seat Coupa, das Leasing. Der andere hat eine C-Klasse finanziert, seine Freundin eine passende CLA-Klasse dazu, also die A-Klasse Limousine in der Hinsicht. Und ja, vielleicht hat dein Nachbar gegenüber gerade eine gewisse Abfindung bekommen, Lohnerhöhung und hat dann das neueste E-Auto inklusive PV-Anlage und Wallbox an der Wand. Und schon kommen diese sozialen Zwänge mit rein. Dieses Neid, obwohl du keinen Neid hast. Wenn du sowas nie gesehen hättest, bräuchtest du nicht. Und du brauchst es ja sowieso nicht, weil dich dein Audi auch von A nach B bringt. Und dein Audi ist vielleicht ein alter Diesel, der sowieso zuverlässig ist, hat schon 300.000 Kilometer runter und bringt dich immer noch günstig von A nach B. Hast vielleicht von mir aus ein H-Kennzeichen. Es ist doch viel schöner, durch Minimalismus zu glänzen, als durch Kapitalismus. Da würde ich auch gerne mal eure Gedanken dazu hören. Wie seid ihr da gestrickt? Was ist bei euch los? Und macht das mit euch was, wenn ihr die ganze Zeit die Leute ihr bestes Leben seht. Und selber vielleicht, das Lustige ist ja, man hat ja selber gar nicht die Ansprüche vielleicht. Ich bin ein sehr minimalistischer Mensch. Ich bin mit sehr wenig zufrieden. Meine Urlaube sind so minimalistisch wie nur möglich. Und trotzdem gibt es den einen oder anderen, der dir dann neidisch ist. Wie du bist in Florida. Ja, ich habe aber meine Mittel und Wege und bin mit viel, viel weniger zufrieden. Gib mir eine Kamera, zwei volle Akkus. Also für die Kamera, gib mir eine Flasche Wasser und schon bin ich einen halben Nachmittag beschäftigt. Mit Tieren, mit Landschaft, mit Spazierengehen, mit Leuten kennenlernen und Situationen finden, die du vielleicht geplant gar nicht mitbekommen hast. Minimalistisch und spontan ist für mich der beste Weg. Und ich mache mir selber diese Gedanken gar nicht. Klar, wenn jetzt einer den neuesten Alfa Romeo hat, den neuesten Bugatti, was weiß ich, ich stehe auf italienische Autos, dann schaue ich mir die gerne an. Aber ich bin mit meinem Auto sehr zufrieden, weil es meins ist, weil es abbezahlt ist und weil es nicht finanziert ist und weil es mir Spaß macht. Und dieses Auto ist auch ein Auto, das würde nicht jedem gefallen. Es muss für dich passen. Es muss dein Leben zu dir passen. Es muss dein Stil zu dir passen. Du brauchst nicht den neuesten iPhone-Scam, wo das 16er einfach genauso ausschaut und genauso funktioniert wie das 15er. Einfach nur, damit du zwei Wochen cool bist. Das habe ich schon mal so in der Art gesagt. Genauso diese Seat Cupra Leasing-Raten waren am Anfang sehr, sehr günstig und somit hatte jeder zweite so ein Auto und war halt die ersten zwei Wochen der coolste, weil die anderen noch nicht die Chance haben, allein von der Auslieferung. Aber was für ein cooler Mensch bist du, wenn du die Hälfte von deinem Lohn für ein Leasing-Auto angibst, um andere Leute zu beeindrucken, um damit anzugeben, um damit zu prahlen, um deinen Selbstwert zu steigern? Das ist nämlich der nächste Punkt. Aus der Masse hervorstechen macht dir Stress. Oder mitzuschwimmen. Beides. Du willst entweder dabei sein und unbedingt von der Masse geliebt werden oder du willst gar nicht mehr dabei sein, weil du dich damit nicht mehr identifizieren kannst oder nie konntest und willst herausstechen. Mach doch dein eigenes Leben. Das macht dir alles nur zusätzlichen Stress. Und den Leuten ist es egal, was du machst. Das sage ich dir so hart, wie es ist. Wenn du es ein Trauma erlitten hast und du baust dich selber wieder auf, dann mach das. Dann geh zur Therapie. Dann kümmere dich um dein Leben. Dann erzähl nicht deine Pläne. Das ist der nächste Punkt. Erzähl nicht jedem in deinem Leben, was du vorhast. Weil dann machst du es vielleicht auch gar nicht. Oder dann willst du wieder fünf, sechs Antworten von anderen Leuten, bis du in die Umsetzung kommst, wobei die andere Person nicht in deinem Körper und nicht in deinem Kopf steckt. Was kommt da noch dazu? Die Unterbesetzung in der Arbeit meistens. Wir haben immer wieder Krisen und jetzt auch durch die Inflation müssen viele Firmen zumachen. Somit sparen sich viele Firmen Personal ein, natürlich. Und somit hast du vielleicht auch Kurzarbeit oder du kriegst vielleicht gar keinen Job. Aber wenn du einen Job hast und Personal wird eingespart, dann bist du auf einmal unverzichtbar in einem Job, wo du es vielleicht gar nicht sein willst. Ich bin es leider. Das heißt, wenn ich zwei Wochen Urlaub mache oder wie aktuell die vierte, fünfte Woche krank bin, wegen einer Wirbelsäulensache, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil diese Stelle alleinig von mir und einem Azubi besetzt ist. Sowas macht natürlich auch Stress. Bist du von heute auf morgen nicht da, bist du unersetzbar. Und es gibt Leute und es gibt auch Narzissten, den ich kenne da einen sehr guten, der liebt das, unverzichtbar zu sein. Der will am liebsten noch am Sonntag in die Arbeit fahren. Der will am liebsten keinen feiern Tag haben. Der will am liebsten 24-7 da agieren und der große Fisch im kleinen Teich sein. Es ist kein großes Unternehmen. Deswegen finde ich es ja so, der große Fisch im kleinen Teich, das heißt noch lange nicht, dass du irgendwo gewonnen hast. Und mir ist es auch egal. Ich will nicht dieser unverzichtbare Typ sein. Ich will nach dem Wochenende entspannt sein und ich will nach 14 Tagen Urlauben noch mehr entspannt sein. Ich will dann nicht was aufarbeiten. Ich will dann nicht in den gleichen Stress wieder vorkommen, weil dieses Hamsterrad kannst du dann mal auf Jahre weiterspinnen, wenn du dein Leben nie runterfahren kannst. Ich habe noch zwei aktuelle Punkte, die mir sehr wichtig sind. Eins davon, und da würde ich auch gerne demnächst ein Video machen. Sollte hier Interesse bestehen, ich mache euch einen verlinkten Kommentar drunter. Dann schreibt mir das mal, ob ihr das wissen wollt, ob ihr da auch ein Thema drüber haben wollt. Negative Selbstrede, negative Gedanken, die zweite Stimme im Kopf, die Stimme, die dich auf das Versagen programmiert hat. Das ist auch eine Traumasache, die man in sich hat. Aber dieses Overthinking und diese zweite Stimme im Kopf und diese ganze Sache, das bringt dich nie wieder in die Umsetzung. Du denkst bei jeder Kleinigkeit um fünf Ecken und dann hast du irgendwann Blockaden und alles Mögliche. Dann ist für dich ein einfacher Einkauf zu viel, weil du dir über vier, fünf Ecken ausmalst, wie es schlecht laufen kann. Du affimierst dann schlechte Sachen in deinem Kopf. Du ziehst somit schlechte Sachen an und du schreist eigentlich nach Veränderung. Aber dein Kopf ist noch nicht so weit. Dein Kopf bleibt zurück und redet immer wieder die gleichen schlechten Sachen. Und wenn du deine Traumata hast und deine schlechten Erfahrungen und alles, was du hast, deine aktuellen Probleme immer und immer wieder präsent machst, dann wird diese Blase immer größer, bis sie irgendwann platzt und dann brauchst du richtig Hilfe. Dann bist du nämlich ganz schnell in der Psychiatrie. Dann bist du ganz schnell beim Psychologen oder ganz schnell auch bei einem Chirurgen oder was auch immer dann passieren kann. Dann malst du dir das aus. Du kannst innerlich auch so viel Stress intrinsisch in dir selber aufbauen, indem du sagst, oh, jetzt bin ich krank. Es sticht gerade in der Lunge. Es sticht gerade ums Herz. Ich wollte schon längst eine Krebsversorgung. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Ne, jetzt habe ich das. Und dann fängst du das Googeln an. Und wenn du Googeln anfängst, sobald du einen kleinen Schnupfen hast, gehst du sofort morgen drauf. Das kannst du vergessen. Aber dadurch, dass du dann in deinem Kopf bis dieser Arzttermin oder was auch immer ist, alles Schlechte ausmalt, was nur noch so möglich sein kann um alle Ecken, dann affirmierst du diese Sache. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe gestern Brokkoli konsumiert oder ich habe ein bisschen zu viel getrunken, ich habe ganz in der frühen Termin, boah, da wird mich die Polizei aufhalten. Ne, sehe ich schon. Dann stellst du mit einer Panikattacke ein und am nächsten Tag hält dich dieser Polizist auf. Und dann weißt du, dass es funktioniert, dass du durch die Kraft deiner Gedanken Positives, aber auch sehr, sehr Negatives anziehen kannst, nur weil es in deinen Gedanken ist. Und das ist eine Welt, da bin ich aktuell leider ein bisschen zu Hause, schon länger. Das ist auch Teil meines Traumas. Und wenn euch dieses Thema ausführlich interessiert, das würde aber länger dauern als dieses eh schon sehr, sehr lange Video. Ich finde es schön, dass du dabei warst. Und die Lösung daraus ist einfach Me-Time in jeder Hinsicht. Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Für alle deine Fehler, für alle deine vergangenen Sachen, die dich belasten, radikale Akzeptanz. Du kannst es nicht mehr verändern, was in deiner Vergangenheit war. Du kannst die Zukunft beeinflussen, indem du im Jetzt handelst. Du musst im Jetzt und in der Präsenz sein, damit du dein Leben in die richtige Richtung lenkst. In dem Jetzt entscheiden Sachen. In dem Jetzt passieren Sachen. In dem Jetzt passieren spontane, schöne Sachen. Wenn du sie zulässt, wenn du tagtäglich nur in deinem Gedankenchaos von früher bist, dann siehst du vielleicht auch, genauso wie die Leute, die jetzt mit Smartphone rumlaufen, nicht mehr die schönen Dinge im Leben, die kleinen Dinge. Und das kann von mir aus auch sein, dass du morgens einfach einen Hasen Richtung Sonnenaufgang hoppeln siehst. Die kleinen, schönen Sachen des Lebens. Darauf kommt es an. Nicht auf Geld, nicht auf Wertgegenstände, nicht auf Kapitalismus, nicht auf Neid, nicht auf die neuesten Trends hinterherjagen, nicht auf soziale Zwänge. Du hast dein eigenes Leben, dein eigenes Ding. Du bist authentisch. Authentität hat in dieser Welt immer gewonnen. Kein Mensch sondert sich ab. Kein Mensch steht heraus, wenn alle gleichgeschaltet sind. Und da wollen wir doch alle nicht hin. Wir sind alles unterschiedliche Individuen. Wir haben alle unterschiedliche Stresslevel. Wir haben andere Bedürfnisse, andere Vorlieben, andere Ziele im Leben, andere Hobbys, andere Sachen, die uns ausmachen, anderen Musikgeschmack. Der eine mag Milchschnitte, der andere mag das Pinguin ganz gerne. Schokofresh finde ich ziemlich ekelhaft an dieser Stelle. Und jetzt ganz positiv. Nimm dir öfters Zeit mit dir selber. Mach dir eine gewisse Routine, nicht zwangsläufig, zwangsläufig, langsam, strukturiert und ganz nebenbei schreib dir auch deine Gedanken auf. Und wenn negative Gedanken in deinen Kopf kommen, dann entscheide in diesem Moment, ob es jetzt wichtig ist oder ob dieser Gedanke weg kann. Wenn du krass schlechte Gedanken immer wieder wegschiebst, kommt es natürlich größer zurück. Aber hier musst du klar lernen zu distanzieren. Macht das jetzt Sinn oder nicht? Wenn du morgens zum Arzt fährst und du hast gestern Nacht zu viel getrunken, dann trink nicht zu viel davor und dann macht dir auch nicht die Nacht Panik, was am nächsten Tag passiert, weil dann passiert das ganze Schlechte. Und wenn du morgen wieder in die Arbeit gehst und sagst, mein Kollege wird mich morgen wieder nerven, der Kunde kommt wieder vorbei und der ist so schwierig und dann der Berufsverkehr nach Hause, dann wird genau das passieren. Da gebe ich dir fast mein Wort drauf. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich dir mit diesem Video sagen will. Schön, dass du hier warst. Einen schönen Tag, Abend, Morgen, egal wo du bist. Wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Bis dann und macht's gut. Peace! Ja, und falls Gudrun noch zuhört, schick mir gerne weiter Reels. Mach nur so ein Beispiel. Du wirst auch nicht sofort aufspringen, wenn ich dir ein Reel schicke. Danke. Ciao.